Was willst du? Dein Freund Jacky. Er hat gesagt, er wird in ein paar Minuten gehen. Ich dachte, du möchtest da sein, um ihn zu holen. Danke. Die Beerdigung. Neuer Fall. Ja, die Statue. Hä? Neuer Fall. Ja, der Statue. Die Beerdigung. Der Sieger kriegt alles. Was ist das? Und wo sollen wir jetzt Jacky abholen? Was ist das hier? Mal schauen, ob das dort ist. Das müsste ja nicht bei der Polizeistation sein. Würde ich jetzt sagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das. Wie ist das? Das ist das, was ich genauer. Ja, ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin glücklich. Ich habe jemanden mit Ming zu sagen, dass er es allein ist. Was das, du? Na, ich habe gedacht, dass ich es. Some lady cop wollte mich zu turnen Snitch. Tangen etwas oder andere. Ich wusste, dass sie sich zu füllen. Smooth. Du hörst über Uncle Polo, ja? Ja. Wenn ist der Junge? Soon. Wir müssen bereit sein. Let's go. Man, ich kann nicht nach einem Funeral wie so gehen. Ich habe eine Scheiße. In einem Schuss oder so. Alright, ich gehe etwas auf. Hey, so was ist das Problem mit dem Connor? Der Frau? Hm. Sie sagte, sie wollte mir helfen, meine Leben von mir zu turnen. Ah! Sie sagte, wenn ich zu schnitzeln habe, würde sie mir helfen. Anyway, Mann, vergiss die Scheiße. Jump funktioniert gar nicht. Komm schon, Jackie. Der Mann, der nie zu essen hat, ist nie ein whole Mann. Komm weg! Hallo! Diese sind die Nachrichten. Perfekt für dich! Lass mal sehen. Elegant, aber nicht zu flaschig. Hm, finde ich gut. Danke. Tschüss. Ja. Da hast du recht. Die Beerdigung von Onkel Pooh. Ja. Ich glaube, es war das 18,000. Wir müssen die Scheiße verdienen. Wir müssen die Scheiße verdienen. Wir müssen die Scheiße verdienen. Ja. Wenn die Scheiße verdienen. Das bedeutet eine Krieg. Ja. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Eine Sache über die Prüfung, das dir zu viel Zeit zu denken. Ja? Ich weiß nicht mehr über diese Leben, du kennst. Ich meine, es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr verletzt, aber... ...sitin' da, ... ... jetzt gehen wir zum Feier. Wo ist die Zukunft in dieser Sache? Ja, ich weiß. Ich habe das schon schon gedacht. Es ist Zeit für mich zu machen. Vielleicht gehen mit Jill May. Hey. Nichts groß. Aber... Was zur Hölle? Vielleicht all dieser, über das große Problem, war nur... Was? Bullshit? Nur Bullshit? Ja. Genau. Ja. Ich verstehe schon, was Checky meint. Das Ganze in der Sanonji kann nur mit dem Tod enden. Sieht man ja. Bei Onkel Pooh. Bei... Ways Schwester und dem... Anderen Typen? Ähm... Weiss leider nicht mehr, wie er heisst. Der Tod verfolgt dich hier ewig. Jede Tag, jede Nacht, jede Stunde, jede Minute. Auch wenn du schon mal in der Tag ist. Wenn du schon mal in der Tat um... Hörst dich! Ja, ich schaue dich! Das ist auch mal ein Böger. Ich schaue dich! Da wären wir Hong Kong Cemetery. Rest in Peace, Uncle Po, Rest in Peace. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sonny? Sonny Wo, I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk. Again. Not this time, Sonny. Come on. Don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey, you! You can't do this here. It's a fucking funeral. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the fuck? The 18K want to... This is gonna get bloody. Come on. Oh shit. I already know. I'm on the Tassatur and mouse. Show these motherfuckers what it means to be Sonny! I already know! I already know! I'm on the Tassatur. Oh shit! What's happening? Ah! Ah! Get down! Get down man! Get the fuck down! Ah! Cover fire! Over here! Oh! Stay in cover! Okay, go! Keep going! Move up! Move up! was haben die für Waffen ok die hatte ich schon mal sorry ich wollte springen ok einer haben wir hängen oh shit Wieso ist da auf der Plastatur eigentlich springen? Steuerung. Das ergibt so keinen Sinn. Haben wir auch andere Waffen bitte? Keine, ne? Alles die gleichen. Alles die gleichen. Die zerstören hier den ganzen Fliethof. Die haben keinen Respekt vor dem Tod. Der hätte wirklich hier bleiben müssen, Pendruder. Scheiss, Vollidiot. Das war absolut gar nichts. Gutes Versteck würde ich sagen. Oh shit, sorry. Als ob man nicht durch die Scheibe schießen kann. Besteck dich. Leute, ihr macht gar nichts. Seid ihr für Schwachköpfe. Ja man, nice. Hab die falsche Tasse gedrückt. Die machen gar nichts. Wieso habe ich jetzt eine andere Waffe? Eine Raketenwaffe? Ja. 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 Herr Herrmann. Vielleicht in der Zeit. Wir sollten mit... Wait! Wir müssen eine Ereignisse. Das ist wie es immer gemacht hat. Es ist die San Onyi-Code. Ha! Du, eine Frau, mit dem Code. Du solltest niemals sein, San Onyi-Code. Aber ich war. Und meine Unterstützung zu dieser Organisation war sehr wichtig. Mit Respekt. Und ich muss mit Frau Jay agree. Wir müssen Stabilität und Wurzeln. Und das bedeutet klarer Wissen. Wir müssen folgen unsere Tradition. Unsere Tradition? Du hast nur auf San Onyi-Code. Was wissen Sie über unsere Tradition? Aber trotzdem. Frau Jang und Herr Schen sind bereit. Okay. Wir haben alle die fucking Ereignisse. Aber ich will euch hier und jetzt. Werden jemanden außer mir der Herrmann, wird es für San Onyi-Code zu sein. Jeder hat eine Verteidigung. Unsere Tradition... Das wird nichts. Das wird absolut gar nichts. Das wird absolut gar nichts. Das wird so schlecht laufen. So bin ich eigentlich bloß Stufe 7 bei den Triaden-Erfahrung. Bestattungsanzug Big Smiley-Light-Artikel. So buchstäblich wollte Raymond ihn umbringen. Ähm... Ne, Penru, sorry. Das wäre ihm einfach egal gewesen. Hier läuft irgendwas grosses. Komm so schnell wie möglich nach Northpoint. Ähm... Leitartikel. Für... Was? Cine... Cine... Cineasten... Cineasten ist ein Kinobesuch eine angenehme Ablenkung von ihrem Alltag. Für die Triaden Hongkongs ist das Kino ein Millionengeschäft und eine wichtige Stütze ihrer kriminellen Machenschaften. Von allen Triaden anführen, die sich in der Filmbranche engagieren, ist Henry Big Smiley der berüchtigste. Lee besitzt das nach ihm benannte Big Lee Restaurant in Aberdeen und gilt als stiller Teilhaber von Sonny Wu's Three Circle Entertainment. Viele Leser haben vermutlich schon in Lee's Restaurant gegessen, um sich dann einen von ihm produzierten Film anzusehen, ohne zu wissen, dass beides durch Drogen, Prostitution und Mord finanziert wurde. Denn während Lee den Filmproduzenten spielt und die Unterhaltungsindustrie benutzt, um sein schmutziges Geld zu waschen, verdient er den Grossteil seines Geldes mit Erpressung, dem Drogen- und Menschenhandel und mit Auftragsmorden. Laut meiner Quellen bei der Polizei versorgt er attraktive junge Mädchen gratis mit unverschnittenem Heroin, um sich süchtig zu machen und zur Prostitution zu zwingen. Gelegentlich werfen seine kriminellen Machenschaften ihre Schatten auch auf den Filmbetrieb. Hierzu ein Beispiel. Am Anfang ihrer Karriere wurde Fifi Miao von Johnny to Toes Wok täglich angegriffen, als sie sich erweigerte, in der VIP-Lounge der K-Bar für ihn zu singen. Das Problem, Wok war Mitglied der 18K und Miao wurde von Sonny Wu vertreten, der damals am Beginn seiner Karriere innerhalb des Anonyi stand. Drei Tage später wurde Wok mit dem Gesicht nach unten im Hafen von Aberdeen gefunden. Es wurde nie jemand verhaftet. Trotz mehreren Versuchen, in der Brosche aufzuräumen, ist der Einfluss der Triaden bis heute ungebrochen. Es geht einfach um zu viel Geld und solange die Polizei den Druck auf die Triaden nicht erhöht, ist in der Filmindustrie kein Platz für steröse Investoren. Ja, schade. Läuft halt wirklich nicht alles gut hier in Hongkong. Und überall haben die Triaden irgendwie ihre Finger drin. ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017